Guten Morgen liebe YouTube Zuschauer. So, heute mal aus dem Auto. Ich war gestern Morgen wieder mal im Großmarkt und seit ich den Laden nicht mehr habe, ist ja bei mir jeder Tag anders. Ich habe tolle Sachen für meine Kunden gekauft. Da zeige ich euch mal die ganzen Arbeiten und ich habe dann noch so ein kleines Problem, das ich irgendwie lösen musste mit meinen Chrysanthemen. Da habe ich gedacht, ich muss euch das unbedingt zeigen, weil das sind so Tipps für den Alltag, die man einfach braucht und jeder, der diese Themen mag, dem ist es sicherlich schon passiert. Aber nach der Intro gibt es mehr. Lesen, was mir geschaut hat. Ja, also bei mir ist ja jeder Tag anders und während ich gestern auf dem Großmarkt war und für meine lieben Kunden mal wieder ein bisschen was gemacht habe, ein bisschen ist gut, eigentlich den ganzen Tag geht es heute in die Gärten und deswegen habe ich auch eine Kappe auf und bin etwas robuster gekleidet mit Arbeitshose und ich liebe diese Abwechslung. Ja, morgen geht es wieder in die Floristik und also es ist wirklich, jeden Tag gibt es andere Projekte und dadurch kann ich natürlich auch viele, viele Videos zeigen. Ich hatte gestern also sehr viele Projekte. Als erstes habe ich meine Nachbarin mit schönen Ehrigen beliefert von den regionalen Gärtnern und dann ging es ab zu einem Gastronomen in Königstein, der wollte sehr schöne Herbstgrenze vor die Tür, einfach mal so was Leuchtendes und in den früheren Jahren habe ich da, da mache ich euch mal Fotos rein, da habe ich eben so eine richtige Herbstlandschaft gebaut, gibt es auch ein Video dazu und dieses Jahr haben wir jetzt tolle Herbstgrenze gemacht, die wurden an so Säulen gehängt, Fotos sind kommen und dann kam eigentlich so mein großes Projekt, da gab es unheimlich viele Gefäße, zum einen habe ich Gefäße einfach die kaputten Konifären abgemacht, habe ein bisschen Moos drauf gemacht, einen Zweigering, Efeuring und dann habe ich einen Kürbis drauf gesetzt und habe das mit ganz einfachen Mitteln, sogar ohne Neubepflanzung herbstlich gemacht, also habe das schön gemacht. Und dann kamen so die größeren Aufgaben, weil da waren sehr viele Steine in den Gefäßen bei den Pflanzen, die hatten also überhaupt keine Erde mehr, die armen Kerle. Ja und dann habe ich diese ganzen Steine erstmal rausgefischt und habe dann mit Senseverien und mit Rhypsalis und dann dekoriert mit Spinoza und Magnolienzweigen schöne, sehr gut haltbare Pflanzungen gemacht, die total pflegeleicht sind, die wenig Wasser brauchen, die sehr gut haltbar sind und ich glaube die Kombi, die ist richtig toll. Also ich habe mich danach auch super gefreut und fand, dass das so stimmungsvoll ist. Naja, aber die Bilder, die zeige ich euch und könnt ihr auch mal gucken, ob so eine Kombination nicht auch was für euch wäre. Ich habe es zu Hause auch und ich liebe es. Und ich war heute mal wieder auf dem Großmarkt, endlich mal nach so langer Zeit und ich habe hier so einen schönen, das ist ein Eukalyptus-Giganteum. Manche sagen ja auch im Laden, ich will Eukalyptus, dann sagen wir immer welchen. Es gibt hier diesen Giganteum mit diesen schönen Früchten, es gibt welche mit runden Blättern, es gibt dann welche gräulichere Sorten, also es gibt so viele Eukalyptus-Sorten und den habe ich jetzt mal schön geteilt und habe den in meine Kugelvase reingemacht und meine Idee war, dass ich mir einfach so ein paar schöne Chrysanthemen, die habe ich also richtig gut geputzt am Stiel, weil, ich muss mich mal zeigen anhand von, also wenn ich jetzt hier nur die Blätter abmache, dann sieht man auch, dann sind hier noch so kleine Blättchen und das muss also alles weggeputzt werden, ganz sauber, weil auch alles was an grünem Wasser ist, das macht das Wasser schlecht. Ich habe mir die jetzt schon hier auf die Länge zurecht geschnitten, wie sie richtig schön in die Vase passen und wir wollten uns einfach auch mal einen schönen Farbklecks für zu Hause gönnen, so alles ordentlich geputzt und ich zeige euch ja mal gern auch ein paar Problemfälle und oh, welch Malheur, eine Chrysantheme rieselt, okay, da wollte ich euch mal zeigen, was man da machen kann, weil die ist knackfrisch, also man sieht auch am Laub, dass die total frisch ist, die hat nicht so schöne knackige Blätter, wenn die nicht ganz frisch ist, aber Chrysanthemen, also manche gehen ja auch her, wenn die eine Chrysantheme sehen und täscheln die so von oben, dann sagen wir immer, bitte nicht, ja und wenn jetzt so eine Chrysantheme mal rieselt, ja, das sind immer so nette Probleme, dann geht man her, nimmt sich eine Kerze, also wir heben ja immer irgendwelche alten Kerzen auch auf und dieser, ja, dieser kleine Blütenboden an der Chrysantheme, also ich putze die jetzt extra auch noch nicht, weil ich will die nicht mehr bewegen als nötig, so, ich brauche jetzt also ein bisschen Wachs und ich tropfe hier an die Stelle, wo die Chrysantheme rieselt, ich tropfe hier Wachs rein und damit, weil wenn ich jetzt hier nichts mache, dann rieselt es immer weiter und ich tropfe hier Wachs rein und dann kann ich diesen, ja, diesen Prozess des Verlierens der Blütenblätter ganz einfach stoppen und sie steht noch ganz lang in meiner Vase und keiner merkt eigentlich, dass wir hier ein kleines Problem hatten. So, das Wachs ist ja jetzt auch gleich erkaltet, ich putze dann noch natürlich den Rest von meiner Chrysantheme und habe da noch ganz lang Freude an ihr, aber das ist jetzt eine super Methode, weil das passiert einfach, das ist jetzt eine super Methode, um die haltbar zu machen, weil wenn ich das nicht mache, dann gehen, dann fliegen diese Blütenblätter alle, ja, eins nach dem anderen aus diesem Blütenboden raus und dann ist sie kaputt. So, und jetzt natürlich möglichst wenig beim Putzen, möglichst wenig bewegen und Situation gerettet, wir freuen uns und ja, also auch nicht einzelne Blätter ziehen, die anderen kommen mit, ja und schon ist die Vasenfreude perfekt und unser Esstisch wird abnehmen. Musik 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 Musik